Oh, es ist Tag, super. So ein Zufall aber. Ich töte noch ein paar Spinnen und mache mit aussehen. Oh shit, Alter. Fuck. 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 Überhaupt nicht gut. Ich möchte meinen Rekord behalten. Nein, 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 nein. Oh shit, ich bin gerade mega am Arsch. Der eine Zombie-Pygman rennt gerade in meine Richtung. Ich muss ihn mal eben absperren. Da ist noch ein Ghast. Dass du dich nicht schämst. Da ist ein Ghast. Warum? Hier sind überall... Nein, die sind jetzt alle auch auf mich. Da ist ein Ghast. Ich finde das Portal nicht. Ich bin gerade hundertprozentig am Arsch. Ich weiß nicht, wo das Portal ist. Nicht mal annähernd. Oh, Alter. Jetzt greifen die mich alle an. Nein! Oh Mann, Alter. Nether ist echt das Traurigste, was es gibt. Wo du da reingehst und kommst nicht. Du gehst da rein. Die nervigsten sind sowieso die Ghasts. Nein, Zombie-Pygmans sind echt die Schlimmsten. Die machen so einen Schaden. Ja. Obwohl sie Goldschwerder haben, weil sie einfach nichts drauf haben eigentlich. Wenn sie nicht auf dich aggro sind, dann ist sie ein Ghast. Wow! Hier sind gerade drei Stück mindestens auf mich aggro. Ja. Okay, der kommt schon mal nicht zu mir. Der auch nicht. Okay, ich bin gerade relativ safe. Ich brauche mich hier rein. Okay, gut. Oh Mann, wo ist das Portal, Mann? Ich bin gerade richtig am Arsch. Ich bin das Portal nicht. Nein. Boah. Leute, ich hoffe, das nimmt doch alles auf, Alter. Bei mir ändert sich hier gerade die Zeit nicht. Da steht minus 58 Minuten. Alter, Magma-Schleim. Keins läuft noch. Richtig geil. Jetzt mal Magma-Creme hier farmen. Alter, wie viele Lohnen hier sind und Magmas und alles. Oh, das gibt's nicht. Bei Roller. Ich hab schon wieder kein Essen. Mann, Alter, warum hab ich nie essen? Jetzt wissen wir mal, wie's mir geht. Toi, ich wollte eigentlich jetzt weiterfahren, aber nein, ich wollte nur essen wollen. Nein, der eine ist hier reingekommen. Andersseid, was ist Andersseid? Andersseid heißt es, du Bauer. Eben Andersseid. Ich kann euch alle platt machen. Ich bin geil, als ihr alle. Ihr könnt mich alle mal marschlecken, ey. Nein, durch. San Tobias auch noch. Was für ein Scheiß. Oh, Tobi-Pigman. Oh nein, hier ist offen, hier ist offen. Hier ist das Portal. Nein! Hier ist alles offen und hier ist das Portal. Kacke, ich muss hier weg. Boah, Leute, ich bin gerade mega am Arsch. Ich bin gerade richtig am Arsch. Ich würde gerne wissen, ob ihr alle seid, aber gut. Ich bin mal mit zu Hause. Ich bin gerade Essen fahren. Wisst ihr was, Leute? Ich beende hier einfach die Aufnahme. Eine Stunde reicht. Erstmal vier Parts. Du bist ja auch ein Noob. Okay, jetzt kann ich weiter. Nein! Komm, stirb doch einfach. Oh, wenn ich Schlucht runterge... What the fuck? Alter, wie viel Eisen ist hier bitte drin? Stirbst du? Alter, ich bin zurück. Oh Gott, ich lebe noch. Alter, wie viel Stuff ich mitgenommen habe. Ein Wunder. Ich bin jetzt einfach mindestens drei Level gestiegen. Ich habe einfach drei Lundenrouten. Jede Menge Scheiß, Alter. Jetzt hört man das mal Andres Scheißstimme. Was? Toll, meine Haustür ist wieder offen. So, jetzt kommt hier erstmal das rein. Boah, ich muss erst mal wieder runterkommen. Lepeslazuli, Eisen, Messerwarzen. Moment, das war gerade Gold. Kohle bräuchte ich nochmal. Ich habe bloß keine gescheite Kohle mehr hier. Boah, Alter. Ich habe Hunger und mir geht es gerade überhaupt nicht. Ich bin gerade voll im Arsch. Alter, er hat mich von Rotten Flesh. Ja, ich habe mich, als ich kein Essen hatte, habe ich mich auch immer von Rotten Flesh. So, jetzt haben wir ein neues Utensil in dem, in der Haus. Ich habe hier ungefähr ein halbes Stack Rotten Flesh. So, jetzt kann ich endlich Tränke machen, Alter, wie geil. Wie geil. So, wer wollte noch, Tobi, ne? Ja. Wie viel brauchst du? Eine Lohnruge noch. Okay, die kann ich dir auf jeden Fall bringen. Ich kann noch drei. Wie viel hast du mitgenommen? Wie viel brauchst du selber? Also, Gib mir mal zwei. Ja, warte mal, ich brauche, warte mal, eine. Ich brauche noch Lohnstaub, weil ich muss mir, ich will mir mal Tränke machen. So, die kriegst du. Danke. Ich habe nämlich vor, geile Tränke zu machen. Aber die verrate ich jetzt nicht, weil das geht euch noch nichts an. Grins. Das wird ziemlich witzige Story. Ich müsste nur mal ins Wiki gehen. So, mein iPhone ist sowieso fast leer. Ich hole mal eben das Ladekabel. Ich bin auch gleich wieder da. Moment. So, der geile Fick ist wieder da. Hallo. Ich bin beim Essen farmen und habe 37... Ist gerade Nacht oder Tag? Okay. Tag. Tag. Wirst du, ich bin gerade Essen farmen und habe 37 Eisen gefunden. So, Eisen ist fertig gebrannt fast. Okay, jetzt müsste ich mal googeln. Tobi, mein Schreiber. Kannst du mir kurz die Koordinaten unseres Dorfes sagen? 912, 328. Alles klar. Geister! 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 Geistbrot! Geistbrot! So behindert. Tobi auch immer. Ich brauche mal eine Minecraft Guide App fürs Handy. Ist einfach mal so. Mein... Hab ich schon. ...Craft... Guide. Wo einfach alle Tränke und alles drinsteht. Das hab ich schon. Dein Maul, das interessiert mich trotzdem nicht. Ich glaube, ich schmier mir nachher noch ein bisschen Weißbrot. Kannst du auch Schwarzbrot schmieren, das ist ein Rösser, das ist trotzdem geil. Oh, Braunbrot! An unserer Schule wird jetzt Schwarzbrot verkauft. Oder? Ne, Vollkorn war das. Ja, Vollkorn. Ja, volles Korn ist doch wurscht. Ne, halbes Korn. Hassleifte Game. Tja, warum wohl? Weil du scheiße bist. Ganz genau. Er ist jetzt auch oder was? Er verteidigt sich nicht mehr irgendwie. Aber du weißt, was er gegen meint, dass es eh keine Chance hat. Warte, was hat da so wie Gott gesagt? Ich hab's exakt ausgeblendet. Ausgeblendet alle. What? Du weißt ja nicht mal, wie man ausgeblendet schreibt, du Hurensohn. So, die Web wird jetzt geladen, oder? Ne. André, du weißt noch, als ich bei Baso richtig weggefickt hab, ne? Mit dem Dissen. Baso-Fragezeichen? Sehen. Erklär dir uns mal bitte, was Baso ist. Martin Chimbo. Hä, Baso? Ich hab grad Baso verstanden. Keiner Baso gesagt. Als ich dich bei Baso richtig weggefickt hab. Als ich denn bei Baso... Ja. Ey, war jetzt noch bei der Einhanger-Games-Map bei mir. Als du den einfach... Als der volle Dierrüssung hatte und Diersperten, du hast den einfach mit der Hand gefickt. Das war so mega abgefuckt, Alter. So, jetzt müsste ich... Ich zock ein bisschen Smash. So, jetzt müsste ich den Trank hier irgendwo finden. Sag jetzt nicht, die Version hier ist total so veraltet, dass hier nicht mehr der Trank, den ich will, nicht drinsteht. Welcher? Der hat bloß noch kein Bild. Okay. Ja, super. Steht da nicht, wie ich den mach, oder was? Ist ja wieder richtig nice. Wow! Alter, da müsste es stehen, wie man Tränke macht. Ja, aber das steht aber nicht da. Geil, da müsste jetzt eigentlich ein Bild sein. Super. Da ist aber kein Bild, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Das sind da viele Viecher. Das ist immer richtig kacke. Ach du heilige Kacke. Da sind da viele Viecher. Oh mein Gott. Boah, jetzt habe ich voll den Urwurm von Tuttle's Lied, Alter. Because we can. Alter, wie der eine gerade voll Schiss von mir hat. Auf einmal läuft so eine brennende Figur vorher auf zu ihm zu, Alter. Äh, du bist gerade nicht mehr auf unserem Server. Ich weiß, ich bin gerade auf Smash, ich zog Smash. Wie wäre es, wenn du hier mal was anderes sehtest, weil das ist eine pure Projektaufnahme. Und ich meine es gerade ernst. Gehen wir pennen? Sag ich einfach nichts mehr dazu. Wie wäre es, wenn du hier einfach mal gehst, weil das ist eine Projektaufnahme. Okay. Und wir sagen bis morgen, bis irgendwann, bis zum nächsten Mal. Was ist denn, Zombie-Tsunami? Ja. Was ist das denn? Appstore. Boah. What? Was? Tobi, geh in die Pen. Ja. Was zum... Was zum Hänger ist das? Okay, das behalte ich mal im Hinterkopf. Marcel, bist du noch auf dem Server? Geh mal pennen. Ich liege im Bett schon die ganze Zeit. So. Bongo. Alter, was lädt denn heute das WLAN so langsam? Ich blick's gerade irgendwie nicht. Ah, jetzt das. Braun. Ah, da ist das Bild, was ich haben möchte. Das gehe ich mir jetzt mal runterladen. Bild speichern. So. Dann gehe ich auf Bilder. Und öffne das. Yo, jetzt habe ich das Braunbild. Braunbild. Der. Wo ist es? Hallo, ich sehe es nicht. Hallo, ich sehe es nicht. What the fuck? Da ist er. So, mal gucken, was wir so brauchen. Okay. Die erste Zutat, die habe ich schon. Das ist schon mal relativ geil. Wo ist es? So, ist es geil. Also ich habe hier, also ich habe hier echt relativ viele Zutaten, die man, boah, jetzt habe ich meinen Finger wieder knacken lassen. Ich kann es aber nicht lassen. Aber das liegt aber dann, dass irgendwann der Finger wehtut. Man muss es einfach tun. Rohes Kaninchen, Alter. Das hört sich richtig behindert an. Du willst ja einen krank der Sprungkraft machen. Es gibt Menschen, die hasse ich einfach manchmal. Aber du liegst vollkommen falsch. Tobi, du liegst echt falsch. Das ist unmöglich. Nein, ist es nicht. So, dann, nächster Schritt. Boah, das würde ich heute auch auf jeden Fall noch ausprobieren. Zack, zack, zack. Dann machen wir uns mal drei Tränke davon. Was, kann man sich bitte aus Kaninchenfell machen? Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. I don't know. Ähm, wo ist es? Kaninchenfell. Nein, hey, wo habe ich denn jetzt? Da ist es. Dann brauche ich euch noch und dich. Tobi, du hast ja noch Karotten, oder? Ja. Wenn ich mal brauche, muss ich mal meine von dir holen, weil ich bis jetzt noch meine Farm nicht ausgebaut habe. Leider. So, dann habe ich den. Dann brauche ich dich. Und scheiße, Mann, ich brauche die andere Kacke da. Das ist jetzt richtig schlecht. Ey, was braucht man für ein fermentiertes, fermentiertes Fickding da? Ähm, Zucker, einen braunen Pilz und ein Spinnenauger. Sehr schön. Okay. Einen trank da. Haben wir braunen Pilze hier irgendwo? Wir hatten nochmal braunen Pilze. Ich habe doch braunen Pilze, oder nicht? Trank der? Skype-Konfi. Da ist er, braunen Pilz. Ich werde jetzt nicht Minecraft minimieren. Vergiss es. Ja, die habe ich doch. Was willst du denn von mir? Keine Ahnung. Ich habe das im Inventar und ich brauche es nicht. Jetzt habe ich noch eins. Jetzt habe ich noch ein Stück davon. So, dich. Also das. Was war es? Zucker? Und? Ja, und braunen Pilz. Jo, perfekt. Dann brauche ich noch. Zack. Das da. Einmal außenrum. Dich in die Mitte. Perfekt. So, jetzt sind die Tränke durch. Kann ich den noch verbessern? Ja, kann ich. Mit diesem Stoff. Geil, ich kann mir die geilsten Tränke wieder machen. Nice. So, alle Zutaten bereit. Jetzt bin ich glücklich. Because we can. Das Lied ist so geil, ne? Boah, diese Verarbeitung, ey. Alter, ne? Am liebsten würde ich beim Andres im Haus irgendwie so ein Schild setzen. Hallo, Günther. Oder keine Ahnung. Was für ein Ding? Hallo, Hurensohn. Ich muss hier mal die Brausachen da reinschmeißen. Ich generell, ich teile irgendwie... Ich habe da ja nicht wirklich Ordnung in meinem Haus. Das war's. Ich bin Dank. Was ist so geil, ich bin so geil, ich bin. Vielen Dank.